Hallo zusammen und willkommen zu einer weiteren Nacking Challenge und zwar heute mit Basic Pen Testing 1. Einer Challenge wieder mal auf Wullen Hub, Link wie immer in der Beschreibung. Für die Leute, die es jetzt vielleicht gerade ein bisschen höh, hast du ja gar nicht angekündigt finden. Ich habe es angekündigt, allerdings nur per Textpost, habe ich aber auch letztes Mal gesagt, dass ich das nur noch so mache. Auf Twitter, Facebook, Discord und so weiter und so fort, schaut da gerne mal vorbei. Ansonsten, wenn ihr es verpasst habt, ist eigentlich nicht schlimm. Ihr könnt einfach jetzt kurz mich pausieren, selber probieren und dann eben vielleicht nochmal vorbeischauen, wenn ihr dann soweit seid. Oder wenn ihr eben nicht mehr soweit kommt. Genau. Basic Pen Testing ist eigentlich eine relativ einfache Challenge, also für Anfänger auch geeignet. Deswegen, ich suche mir aktuell die Anfänger Challenges raus, weil ich will natürlich mit dem Schwierigkeitsgrad vielleicht nach und nach hoch gehen und nicht runter. Ähm, und ja, die ist eigentlich für Anfänger geeignet. Was sie ein bisschen schwierig macht, ist der Fakt, dass sie sich einfach hin und wieder mal updatet und man nur eine gewisse Zeit hat, bis man die Challenge einfach oder die, ähm, die Box quasi neu einspielen muss. Was mich jetzt quasi schon zum vierten Mal irgendwie dazu bringt, dass ich hier weiter aufnehmen muss. Oder das nochmal neu probieren, weil irgendwie schmiert mir dann mein Aufnahmeprogramm ab und so weiter und so fort. Und das ist ganz schön schwierig, das ist nicht so geil. Aber okay, ähm, ein paar Änderungen musste ich hier machen, damit ich überhaupt diese Challenge anfangen konnte. Und zwar einmal hier USB-Geräte deaktivieren, beziehungsweise auf 1.1 runterstellen, Netzwerk auf Netzwerkbrücke setzen, ähm, weil ich keinen Host-Only-Adapter hatte. Und, äh, genau, dann können wir eigentlich auch schon anfangen. Ihr seht dann hier diese wunderbare Maschine. Vier Sachen, die wir hier gleich bemerken. Und zwar einmal VTC-Sec ist der Name der Maschine, wird später wichtig. Ähm, Marlin Spike ist der Name des Users, wird später nicht unbedingt wichtig. Ubuntu 16.04 LTS, äh, bedeutet einfach, ihr habt Ubuntu. Das heißt, ihr habt ein Linux-System, ist mir deutlich lieber als ein Windows-System. Und das letzte findet ihr mal wieder unter den Connection-Informationen. Wir haben diesmal die IP 120. Ähm, und das heißt so viel wie, ja, okay, wir müssen Net-Discover nicht ausführen, könnt ihr aber trotzdem gerne machen, wenn ihr darauf Lust habt. Aber in meinem Fall 120 ist die Maschine meiner Wahl. Okay, cool. So, hab ich was vergessen? Nein, ich glaube nicht. Das heißt, wir können auch direkt schon anfangen. Ja, das ist für später, weil ich mich die ganze Zeit vertippt hab letztes Mal. Und da hab ich mir gedacht, okay, schreib's es dir mal vor. Ähm, weil ich einfach echt, ich hab manchmal Probleme mit dem Tippen. Gut. Ähm, wir fangen an mit einem Port-Scannen. Ähm, selbstverständlich wieder. Wir wollen die, ähm, Synflex haben. Und wir wollen, ähm, was wollen wir noch haben? Wir wollen eigentlich sonst gar nichts mehr haben. 192, 168, 2, 120. Wow, ich hab's mir gemerkt. So, und wir sehen, dass drei Services offen sind. Ähm, 21 FTP, den hab ich nicht angegriffen. Ich könnt mir aber vorstellen, dass man da drüber auch reinkommt. Könnt ihr gerne mal ausprobieren. Schreibt mir gerne, wenn ihr irgendwie mehrere Alternative, Routen oder sowas findet. Die Challenge soll ja häufig, also genau diese Challenge hat wahrscheinlich sogar mehrere Schwachstellen. Zumindest sagt man sich das, man munkelt's. Ähm, ich werde jetzt hier mich an HTTP probieren. Selbst SSH werde ich zumindest nicht mal brauchen. Und dann, ähm, ja, probiert euch einfach durch. BruteForce ist vielleicht nicht unbedingt durchprobieren. Das ist einfach nur, ähm, schwach. Okay, ähm, gut. Das heißt, wir haben schon mal das, was wir wissen wollten. Naja, wir können jetzt einfach mal auf unsere, auf die Webseite gehen. Denn wir wissen ja, Port 80 hier, also 80 bedeutet, dass da irgendein HTTP-Server draufläuft. HTTP-Server sind normalerweise auch, ähm, die Server, die Webseiten hosten. Das heißt, wir haben hier, wenn wir auf vtsec-slash gehen, also auf die Webseite http-doppelpunkt, ähm, das ist deswegen der Name vtsec, das ist ziemlich cool hier gemacht. Ähm, ihr könnt das Ganze aber auch mit der IP machen. Also einfach 192, 168, 2, 120 in meinem Fall eingeben. Bei euch wird's was anderes sein. Und dann landet ihr auf dieser Seite. Das solltet ihr nicht sehen. Ähm, das kommt nachher. Und, äh, ja, ansonsten ist hier eigentlich nichts allzu gravierend, das, was man jetzt hier machen könnte. Ihr könnt euch gerne das ganze Ding mal angucken. Kein einziger Link drauf. Alles relativ langweilig. Ja, was machen wir jetzt? Naja, ähm, ein Websever wird normalerweise von einer angreifbaren Maschine nicht ohne Grund gehostet. Ja, deswegen, ähm, können wir da auch einfach wieder ins Terminal zurück wechseln. Und können mal dir laufen lassen, unseren wundervollen Dirbuster. Und zwar auf http.doppelpunkt slash slash. Wir machen dieses Mal mit der IP. 162, äh, 192, 168, 2, 120 auf Port 80. Einfach mal durchlaufen lassen. So. Und wir sehen hier, das können wir eigentlich schon abbrechen. Wir haben irgendwo eine WordPress-Seite. Und diese WordPress-Seite, die beginnt bei slash secret slash. Und slash secret ist immer ganz gut. Das heißt, wir haben schon mal gefunden, was wir finden sollten. Wir können jetzt hier einfach eingeben, slash secret. Und wir landen auf WordPress. Okay, das ist schon mal ein guter Anfang. Ähm, denn WordPress ist immer irgendwie angreifbar. Vor allem, wenn es von einer, äh, CTF-Challenge irgendwie gehostet wird. Also häufig. Manchmal ist es auch irre für, gebe ich zu. In den meisten Fällen allerdings nicht. Und ja, wir sehen hier allerdings nichts verändert. Also es ist einfach nur ganz normal. Die Standard-Wordpress-Seite. Wir können uns gerne mal den Quelltext angucken. Finden wir allerdings nicht besonders viel cooles Zeug. Ähm, was wir allerdings machen können, ist, wir können einfach mal. Ähm, wir können einfach mal uns diese Seite hier genauer angucken. Und dann sehen wir hier unten, dass wir einen Login finden. Das ist sowieso immer die erste Anlaufstelle. Und da hier überhaupt noch nichts geändert wurde von dem, können wir vielleicht auch, ähm, überlegen, ob wir das mal mit Auto oder mit den Standard-Anmelde-Credentials probieren. Das heißt, Admin, Admin. Und in diesem Fall, naja, kommen wir da mit rein, ne. Das ist eigentlich relativ easy. Und jetzt haben wir quasi hier Zugriff drauf. Das heißt, wir kennen die Credentials. Jetzt brauchen wir das eigentlich nicht mehr hier unbedingt. Ähm, wir kennen die Credentials. Das heißt, wir können hier alles machen. WordPress erlaubt einiges. Und zwar, ähm, muss man hier auch Plugins hochladen können. Wir sehen hier zum Beispiel bei Add New können wir ein neues Plugin hinzufügen. Und das ist im Endeffekt Code, der ausgeführt wird auf der Webseite. Okay? Das bedeutet für mich so viel wie, ich kann da auch Code ausführen. Ähm, und das brauchen wir eigentlich nicht. Äh, ich kann hier Code ausführen. Ähm, sprich, ich kann alles damit machen. Und selbstverständlich, ihr habt es schon erraten, gibt es dafür ein Metasploit. Ähm, Exploit. Also, MSF Console. Ähm, Achtung, es ist kein richtiger Exploit in dem Sinne, sondern wir melden uns einfach bloß an und benutzen die Fähigkeiten, die wir eh haben. Was ist denn mit meinem Rechner gerade los? Ich habe heute irgendwie Lags. Ich glaube, ich habe zu viel am Laufen. Reck and Exploit, Payload, Loot. Loot, 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 loot. Okay, cool. Ähm, ja. Was wollen wir machen? Naja, wir wollen natürlich einen Exploit benutzen, der für WordPress gedacht ist. Das heißt, wir gehen unter, äh, Quatsch. Exploit, Unix, Web App, weil unser Server ist ein, äh, Ubuntu-Server. Und dann haben wir hier WP, äh, ja, Shell. Na, komm. Äh, Quatsch. WP Admin Shell heißt das Ding. WP Admin Shell Upload. Das heißt, wir wollen sozusagen über das Admin-Dashboard eine Shell hochladen. Okay? So, wir, ähm, gehen jetzt einfach mal davon aus, oder ich gehe davon aus, dass jetzt nicht jeder von euch schon mal diesen, ähm, exploit benutzt hat. Das heißt, wir machen hier einfach mal ein Show Options. Ähm, und jetzt sehen wir hier, was wir alles setzen müssen. Wir brauchen kein SSL, wir brauchen V-Host, brauchen wir auch nicht. Ähm, und wir brauchen keine Proxys. Aber alles andere müssen wir setzen, weil wir uns quasi an der Admin-Shell einloggen müssen. Okay, jetzt, ähm, fangen wir einfach mal oben an und sagen, Set Password. Naja, was war das Passwort denn? Admin. Set Username. Naja, der war auch Admin. Ähm, Proxys brauchen wir keine. Der R-Host Set, R-Host ist V-T-C, ähm, jetzt habe ich es vergessen. V-T-C, äh, Sec. V-T-C, Sec. Okay, ähm, und dann brauchen wir hier noch die Target URI, die ist schon gesetzt, das ist ein Slash. Allerdings, das Problem bei dem Slash ist, dass wir keinen Slash haben, sondern wir gehen immer über Secret rein. Erst nach Secret, also im Ordner Secret befindet sich quasi WordPress. Das heißt, wir sagen Set Target URI auf Slash Secret. Slash. Ja, halt, stopp, den letzten Slash brauchen wir nicht. So, und ja, jetzt können wir eigentlich loslegen. Jetzt können wir eigentlich schon direkt Exploit eintippen und das macht alles für uns. Wir gehen quasi in WordPress rein, weil wir haben ja, ich meine, wir sind Admin bei WordPress. Äh, das heißt, wir können jetzt machen, was wir wollen. Eben uns auch einen Meta-Präter holen. Und das dauert ein bisschen. Dum-dum-dum-dum-dum. Das dauert ein bisschen lange. Ähm, wir haben Session 1 im Background bekommen. Wir haben Session 2 geöffnet. Ähm, und ja, jetzt sind wir fertig. Das heißt, wir haben jetzt zwei Sessions hier offen. Einmal Session, Session 1 ist, glaube ich, schon wieder kaputt. Und Session 2 ist im Background. Das heißt, wir sagen einfach Sessions, ähm, Sessions minus I 2. Und wir haben Meta-Präter. Herzlichen Glückwunsch. Damit seid ihr noch nicht am Ende. Ähm, ihr müsst jetzt erstmal Root werden. So, wie werden wir denn jetzt Root? Naja, ähm, beziehungsweise wie, wie, was machen wir überhaupt? Wir machen erstmal Get UID. Damit sehen wir, was wir eigentlich machen können. Server-Username ist www.data. Wer hätte es gedacht? Ähm, wir sind quasi einfach ein Web-Server. Ähm, ja. Ist irgendwie logisch, dass wir das sind. Ähm, wir können allerdings, ich gehe mal ganz kurz in eine Shell rein. Wir können quasi nichts machen. So, jetzt mache ich das. Dazu habe ich das. Achtung, passt mal auf, was passiert, wenn ich mich vertippe, ja? Python. Ähm, nee. Genau. Und jetzt möchte ich was löschen. Und schon haben wir ein Problem. Und, ja. Jetzt kann ich quasi hier, ähm, muss ich wieder von vorne reingehen. Und ihr seht, was ich meine. Es ist einfach echt unschön. Ähm, und ich habe mich quasi permanent vertippt letztes Mal beim Aufnehmen. Da habe ich mich dann auch entschieden, okay, das kannst du so nicht bringen. Ähm, wir machen das jetzt so. Und haben jetzt eine vernünftige Shell. So, LS. LS liefert mir einfach rein gar nichts. Ich darf quasi hier nicht drauf zugreifen, okay? Ähm, das heißt, ich darf auf meinen eigenen Ordner nicht drauf zugreifen. Das ist ein bisschen unschön. Was wir allerdings machen können, ist, wir können in ETC Shadow reingucken. Ach, verdammt. Oh Mann. Ich sage nichts dazu. Cut ETC Slash Shadow. Ich drücke immer Tab zum Autokompleten und dann funktioniert es nicht. So, wir sehen hier den User Marlin Spike. Der hat sein Passwort hier. Könnt ihr cracken, wenn ihr wollt. Äh, bringt euch. Weiß ich nicht, ob es euch was bringt. Ich habe es anders gemacht. Ähm, was mich ja eigentlich wirklich interessiert, ist Root. Und der ist deaktiviert, weil er noch nie benutzt wurde. Sprich, er ist auch noch, er hat einfach noch kein Passwort. Ähm, das kommt vor. Ähm, wenn einfach, ja, wenn ihr sozusagen sicher gehen wollt, dass niemand einfach so Root werden kann. Wir sind www.data. Das ist quasi unsere Gruppe. Und, ähm, ja. Was wollen wir jetzt machen? Wir wollen dem Root-User ein Passwort geben. Und das können wir über ETC. Ups, oder? Nein. Ach man, cut ETC. Ich habe einfach echt fette Brustfinger. Eigentlich sind sie gar nicht so fett, aber ich bin einfach nur echt, echt, ich weiß nicht. Ähm, hier, Root. Und hier steht einfach nur als Passwort, setz mir bitte irgendwas. Ein X. Okay. Und, ähm, naja. Der logische Schritt hierbei ist dann, ich möchte hier irgendwas reinschreiben. Normalerweise ist das aber nicht möglich. Ähm, wir probieren es trotzdem. Wir gucken mal, ob wir Nano haben. Haben wir Nano? Ja, wir haben Nano. Ähm, haben wir Vim? Ah, ne, haben wir nicht. Ja, Vim. Oder? Ne, can be found. Okay, gut. Das heißt, Vim können wir nicht installieren. Schade. Ähm, mit Nano kann ich nicht. Sorry an alle Nano-Fenster draußen. Äh, Vim ist ganz okay. Ähm, ich benutze es trotzdem nicht so gerne. Ich weiß, ich bin seltsam. Aber manchmal muss man halt seine Eigenheiten auch einfach embracen und, ähm, ja, benutzen. Okay. Ähm, deswegen machen wir das jetzt ein bisschen umständlich. Wir wissen auf jeden Fall, dass wir hier, wir haben quasi nirgends Schreibrechte aktuell. Ähm, aber das wollen wir noch ändern. Wir wollen erstmal uns angucken. Ähm, L, A, E, T, C. Also, wir haben nicht mal Schreibrechte auf unseren eigenen Ordner, in dem wir uns befinden, standardmäßig. Das ist das Verrückte da dran. Worauf wir allerdings Schreibrechte haben. Und das wird euch jetzt ein bisschen erstaunen. Ich habe auch eine Weile gesucht, bis ich es gefunden habe. Ähm, ist... Also, wir wollen ja eigentlich. Das ist der logische Schritt, wenn wir uns als Root anmelden wollen. Der Root-User hat kein Passwort. Dann wollen wir dem eins geben. Und das machen wir in etc-Password. Und, ähm, in Password dürfen wir tatsächlich reinschreiben. Da darf jeder reinschreiben. Das ist das Verrückte. Wir dürfen einfach da reinschreiben. Nur halt nicht in unseren Ordner, wo wir gerade sind. Ähm, ja. Und deswegen gehen wir einfach wieder mal hier raus. Ja, komm. Achso. Ja, ja, Shell. Klar. Ähm, ich habe zuerst mit Python eine Shell gespawnt. Beziehungsweise zuerst eine Shell gespawnt. Und dann mit Python nochmal eine Bash. Ähm, okay. Metapreter wieder. Das heißt, was wollen wir machen? Ähm, wir wollen uns sozusagen etc-Password geben. Und, ähm, ja, ich weiß, es ist jetzt vielleicht nicht ganz so intuitiv, das hier jetzt so zu machen, dass man hier quasi einfach nachschaut. Aber das ist im Endeffekt das, was ihr in diesem Fall habt machen müssen. Okay. Ähm, es gibt Skripte, die sowas für euch machen. Aber dadurch, dass ich halt quasi, ähm, also es gibt ein Skript namens, ähm, Sekunde, das zeige ich euch noch kurz. Wo sind wir denn? Hier. Ähm, das Priv-esk-Skript von PentaskMonkey. Der sollte euch so langsam bekannt vorkommen. Ähm, der macht genau das. Der überprüft einfach alle möglichen Schwachstellen. Ihr könnt gerne probieren, das irgendwo hochzuladen. Aber dadurch, dass wir halt einfach keine Schreibrechte hatten, ähm, habe ich gar nicht weiter gesucht. Ich habe einfach direkt nach etc-shadow gesucht. Habe dann direkt nach etc-password gesucht, habe geguckt, ob dann, ob man da Schreibrechte drin hat. Und, ähm, ja, das ist halt, das ist halt einfach GG gewesen. Das heißt, ich habe das Skript einfach nicht mehr gebraucht, weil ich es selber gefunden habe. Ansonsten könnt ihr euch einfach einen Ordner irgendwie bauen, sozusagen, oder finden, in denen ihr Schreibrechte habt. Könnt das Skript dort ausführen. Und dann, ähm, könnt ihr auch so überlegen, wie ihr das, also, dann wird euch das Skript quasi sagen, hey, schau mal hier, du darfst ein etc-password reinschreiben. Da ich das so schon gefunden hatte, brauchte ich das nicht. Okay, ähm, das, was ich gerade gehört habe, war mein Bauch, der geknottert hat. Obwohl es eigentlich erst 10 Uhr morgens ist, das ist eine Sauerei. Ähm, gut. Weiter geht's. Wir wollen ein etc-password rein. Also, wir wollen nicht rein, wir wollen es runterladen. Ähm, und wobei, nein, warte. Wir machen das anders. Wir, äh, hatten einfach nur mal kurz etc-password, das ist einfacher. Und, ähm, kopieren uns das wirklich ganz, ganz billig. Jetzt muss ich mir merken, dass da ein R vorne dran fehlt. Gehen in den Ordner rein. Da ist übrigens das Priv-esque-Skript, mit dem ich rumexperimentiert habe. Ähm, sagen hier, okay, Password. Am Anfang steht ein R und dann kommt alles, was ich kopiert habe. Und dann das. Das ist quasi die Password-Datei, die auf dem Server liegt. Ähm, die dürfen wir jetzt auch überschreiben auf dem Server. Wir haben die Rechte dazu. Das ist das, das ist das abartig kreis daran. So, was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen statt diesem x hier ein gültiges Passwort haben. Das generieren wir uns mal eben. Und zwar mit OpenSSL, ähm, das macht das eigentlich immer. OpenSSL, ähm, Password minus 1, was für ein Passwort haben wir denn? Hello World zum Beispiel. So, und das ist jetzt unser Passwort. Na komm, gib mir das. Und damit ersetzt, also das packen wir jetzt dahin, wo das x vorher war. Und wir ersetzen es sozusagen. Und jetzt können wir einfach hergehen und sagen, hey, das wollen wir jetzt wieder hochladen. Das heißt, wir sagen hier Upload. Ähm, und zwar die Datei Password einfach an die Stelle etc Password. So, und das funktioniert nämlich, ähm, ihr könnt gerne mal probieren, das Prefesk-Skript oder sowas hochzuladen. Wie gesagt, damit habt ihr kein Recht. Ihr könnt es natürlich auch an etc Password schreiben, dort dann das Ganze machen und so weiter. Aber dann, ja, ne, dann habt ihr eh schon gemerkt, dass ihr etc Password überschreiben dürft. Ähm, genau. Und jetzt gehen wir wieder in die Shell. Und, äh, holen uns wieder unsere Python Shell zurück. Python. Und ja, ich mach das wieder so. Achso, ja, ist okay. Ähm, genau. Und jetzt machen wir einfach mal sudo su Password für, ähm, was war es? Hello World. Hello World. Ah, stopp, nicht für den. Ähm. Sorry, hab verkackt. Ähm, wir wollen natürlich, ähm, ja, wir wollen hier uns als Rult einloggen. Nicht als, ne. Ähm, wir wollen einfach nur su und dann wollen wir Rult werden. Und uns als solche einloggen mit dem Passwort Hello World. So, und jetzt sind wir Rult. Who am I? Rult. Und jetzt können wir endlich alles machen, was wir wollen. Jetzt können wir nämlich auch hier sagen ls oder cd Punkt Punkt. Gucken wir mal, was hier drin ist. Und dann sind wir eigentlich hier. Ja, also jetzt können wir alles machen. Ähm, ich hab keinen Flag gefunden, ehrlich gesagt. Also, als ich Rult war, hab ich, äh, hier noch ein bisschen nachgesucht. Ihr könnt gerne mal im, ähm, ach, komm schon. Da mal nachgucken. Da ist einfach nichts drin, ne. Ähm, ähm, ich hab ein bisschen rumgeguckt und so weiter. Aber ich hab echt keinen Flag gefunden. Ähm, das heißt, ich glaube, es gibt keine. Aber vielleicht hab ich das auch einfach irgendwie vergeigt. Das heißt, wenn jemand einen Flag gefunden hat, äh, schreibt mir ganz gerne. Und ja, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Ihr seht, ich hab auch ein bisschen zu kämpfen teilweise. Ähm, vor allem mit so Späßen wie, äh, diesem ganzen Kram hier. Dass man einfach... Ach, ne. Ähm, egal. Auf jeden Fall war eine schöne Challenge. War relativ einfach. Ich glaube, es gibt noch sehr viel mehr Möglichkeiten, das zu lösen, als nur diese hier. Ähm, aber, ja, wenn man es einmal geschafft hat, warum sollte man es ein zweites Mal machen? Wir haben es ja geschafft. Und das ist eigentlich das, worauf es ankommt. Gut, dann war es das von meiner Seite. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.